Dann können wir diesen zweiten Mythos auch schnell ad acta legen und uns zum dritten Mythos übergehen, nämlich die Aussage, dass westliche Waffenlieferungen die Ukraine in eine starke Verhandlungsposition bringen. Das ist ja auch etwas, das in jeder Talkshow, sei es bei Hart aber fair, Maischberger, Ilna, wie sie nicht alle heißen, Tag ein, Tag aus immer wieder betont wird. Und derzeit haben wir die Debatte in Deutschland um Taurus Marschflugkörper. Dem hat Olaf Scholz eine Absage erteilt. Die Außenministerin Baerbock will jetzt den Umweg über UK, über Großbritannien nehmen und befürwortet einen Ringtausch. Wie stehen Sie denn, Herr Kuja, zu dieser häufig getroffenen Aussage, dass die Ukraine über westliche Waffenlieferungen in ihrer Verhandlungsposition gegenüber Russland gestärkt wird? Nun, zunächst muss man sagen, alles das, was als Game Changer, das steht ja dahinter, der Game Changer bedeutet ja, die Russen werden dadurch in eine Position der Überlegenheit gegenüber, die Ukraine werden dadurch in eine Position der Überlegenheit gegenüber den Russen gebracht. Das ist ja alles nicht eingetreten. Alle diese Wunderwaffen, sei es Panzer, sei es Adlerie, sei es Heimers, Mehrfachraketenwerfer, alle haben sich als Nicht-Wunderwaffen erwiesen. Und das Gleiche wäre auch bei Taurus, wenn er geliefert worden, nicht eingetreten. Es wäre eine enorme Eskalation dadurch entstanden, völlig klar. Das hängt mit den spezifischen Leistungsmerkmalen von Taurus zusammen. Aber der Krieg hätte damit nicht zugunsten der Ukraine verändert werden können. Das heißt, der entscheidende Punkt ist eigentlich der bei diesen ganzen Waffenlieferungen, ist die Frage, die man beantworten muss. Versetzen die Waffenlieferungen die Ukraine in die Lage, die strategische Lage zu ihren Gunsten zu verändern? Also aus der Situation eines Angegriffenen herauszukommen, den Angreifer, so wie es ja die politischen Ziele auch sind, aus dem Lande zurückzudrängen, die Krim zu befreien? Die Antwort ist nein. Im Gegenteil, die Ukraine hat sich mit ihrer großen Offensive enorm verausgabt, hat enorme Verluste erlitten. Die Streitkräfte sind personell überdehnt, die Moral sinkt nach diesem langen Krieg, verlustreichen Krieg. Und die Russen machen Geländegewinne, wenn auch nicht im großen Umfang. Das hängt mit ihrer Strategie zusammen. Sie sagen sicherlich, wir haben Zeit, wir können langsam vorgehen, wir können Verluste vermeiden. Aber das muss man ganz eindeutig sagen, es gibt keine Möglichkeit für die Ukraine, die strategische Lage zu ihren Gunsten zu drehen. Und das bedeutet, dass es eine Frage, weil so bitter das ist, muss man sagen, so bitter das für die Ukraine ist, alle diese Waffenlieferungen haben nicht dazu beigetragen und werden auch nicht dazu beitragen, dass die Ukraine die Oberhand gewinnt. Das ist leider die Wahrheit. Das bedeutet, dass es eine Frage der Zeit ist, wann die Ukraine eine militärische Niederlage erleidet. Wenn man verhindern will, wenn man die Ukraine retten will, wenn man verhindern will, dass sie eine militärische Niederlage erleidet, dann kann man das nur dadurch tun, indem man einen Waffenstillstand vereinbart und indem unmittelbar Friedensverhandlungen folgen. Alles andere führt zu dem Ergebnis, zu dem militärischen Ergebnis. Und dann gibt es keine Verhandlungen mehr. Dann ist auch das, was der Bundeskanzler gerade neulich wieder gesagt hat, wir wollen einen Diktatfrieden verhindern, dann kommt genau dieser Diktatfrieden, weil wir nicht bereit waren, die Ukraine zu Verhandlungen zu drängen. Das ist der entscheidende Punkt. Vor dem stehen wir jetzt. Und es ist nur die Frage, können wir noch mit weiteren Waffenlieferungen diesen Zeitpunkt hinauszögern? Ja, mit dem, was jetzt vereinbart wurde in Rammstein vielleicht ein paar Wochen, aber nicht viel länger. Es sei denn, der amerikanische Kongress billigt doch dieses 61 Milliarden Paket, dann sind es noch mal drei Monate. Aber letzten Endes wird sich das Schicksal der Ukraine in diesem Jahr entscheiden. Und nach meinem Eindruck eher früher als später. Gefällt dir dieses Interview und die Inhalte auf mein... Ja, das Interview gefällt mir sehr gut, aber das schauen wir uns jetzt trotzdem nicht an. Ein gutes Heer, ein gut ausgebildetes Heer entscheidet und kein Waffensystem. Kein Waffensystem. Das ist etwas, was Sie immer wieder betonen. Jetzt kam ja kürzlich die Aussage von dem SPD-Fraktionschef Mützenich, der gefordert hat, den Krieg einzufrieren. Erwartungsgemäß hat er dafür viel Gegenwind bekommen. Was halten Sie denn von diesem Vorschlag? Naja, ich war überrascht, dass das so kritisiert wurde, denn das Einfrieren des Krieges wird ja in den Vereinigten Staaten schon seit drei Monaten, seit vier Monaten diskutiert. Und ganz offensichtlich ist die Strategie, die die Amerikaner den Ukrainern empfohlen haben, also das, was sie Hold and Build Strategie nennen, genau das, was Mütze nicht meint. Die Amerikaner sagen, ihr müsst in die strategische Defensive gehen, ja, Verteidigungsstellungen aufbauen, um die dramatischen Verluste zu reduzieren und um das Territorium zu halten, das noch unter eurer Kontrolle ist. Das bedeutet aber auch zugleich, dass zumindest für die vorhersehbare Zukunft Donbass und andere Regionen, aber die Krim sowieso, die von Russland erobert wurden, abgeschrieben werden. Das muss man ganz klar sagen. Es ist sogar in der amerikanischen Diskussion der Vergleich mit Korea erfolgt. Ja, sicher, da ist der Krieg eingefroren worden in einem Waffenschildstand und das hält jetzt seit über 70 Jahren. Aber die Situation, Korea und Ukraine sind überhaupt nicht vergleichbar. In Korea waren die Großmächte, also waren die Vereinigten Staaten und China mit eigenen Truppen vertreten. Die Russen indirekt, die hatten also ein eigenes Interesse daran, dass es zu einem Einfrieren des Konfliktes kommt, zu einem Waffenstillstand. Dann wurde über diesen Waffenstillstand ja verhandelt in Paris. Zwei Jahre lang wurde darüber verhandelt. Und ein ganz entscheidender Punkt, der Krieg begann am 38. Breitengrad und er endete dort. Das ist in der Ukraine nicht der Fall. Das heißt also, abgelehnt wird ja das Einfrieren sowohl von Zelensky, der mehrfach gesagt hat, also wir wollen weiter offensiv tätig sein, obwohl die ukrainischen Streitkräfte dazu gar nicht in der Lage sind und obwohl sie eigentlich dieses Konzept schon seit einigen Wochen umsetzen. Abgelehnt wird es aber auch von den Russen, weil die Russen sagen, es ist im Grunde genommen nur, wir verschaffen damit der Ukraine nur eine Atempause, die genutzt wird, um die Ukraine wieder aufzurüsten, auszubilden und so weiter und dann geht der Krieg weiter. Also die Schlussfolgerung daraus ist, ich würde auf diesen Begriff einfrieren, und zwar auf der Frontlinie, so wie sie jetzt steht, darauf würde ich nicht bestehen. Ich würde sagen, was wir brauchen, ist in der Tat einen Waffenstillstand, der aber unmittelbar gefolgt sein muss von Friedensverhandlungen. Ein Waffenstillstand allein reicht in der gegenwärtigen Situation nicht aus. Das ist die Situation, in der wir uns im Augenblick befinden. Und warum unmittelbar Friedensverhandlungen danach? Weil eben genau das verhindert werden soll, dass die eine oder auch die andere Seite sich regeneriert und dann den Krieg einfach fortsetzt. Dann haben wir sozusagen den unendlichen Krieg in der Ukraine, der irgendwann dann auch mal das Risiko birgt, dass er sich ausdehnt zu einem großen europäischen Krieg.